Hallo Youtube, ich werde jetzt sterben. Wow! Sorry, ich wollte... Sishan! Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte sie so... Sishan! Das war doch vertreten, Niklas! Aufhör! Sishan! Ja, der muss nicht langscht! Uahhh! Nein! Dominik, du bist ganz schlecht! Dominik, du kannst nix! Anika, du bist jetzt so ganz glücklich! Sishan! Sishan! Dominik wurde vom Mädchen flachgelegt. Das ist eine Tanne auf mich. Was ist eine Niete, Dominik? Das ist die Niete, Dominik. Ja. Ja, Dominik wurde von, äh, die Annika, die und Dominik, äh, um uns da geschmissen. Macht mal mehr. Ja, wie mehr? Schlagen. Ja, nicht schlagen. Du musst mal richtig ausrasten, Sie schon. Ah, Dominik, an mir! Ah, den Nippel ein! Ausraste ein. Nippel ist uns der. Ausrasten, gegen Zaun, gegen Zaun drücken und sowas. Ja, klar. Soll ich so einen Rustingstuhl holen? So eine Keule oder sowas. Leo, geh aus dem Bild! Deine Oma geht aus dem Bild? Ja. Sie ist Annika, die Frau, die Lady, die im Moment gar nichts macht. Ja. Niklas, schlag mal den Dominik. Ja. Ach komm, drei Minuten reichen. Drei Minuten reichen. Nein! Ich darf's jetzt schaffen. Nein. Nein. Ja! Ich glaube, ich habe alle in die Hand. Scheiße. Ja! Ja! Ja!